so wieder willkommen bei malina und zu einer weiteren folge grounded und zwar folge 65 erst mal mit heist um das knacken man merkt immer schon wenn du pilz in dosas so falsche dinge scheiße jetzt habe ich noch einen verbrauchen ausschieben braucht warum dann auch die gehen manchmal nicht auf wenn man die brauchen ja aber man merkt schon dass wir durch diesen komfort faktor den wir hier zu hause haben durch die einrichtung dass wir da weniger durst und hunger kriegen ich weiß auch am anfang wenn wir da unsere kleines päuschen zwischen voll gemacht haben dann bist du wieder gekommen dass wieder halbe durst gehabt ich muss mal gucken wir machen uns die kohle und spinnenwanderung hat mit spinnen aber wir sollten vielleicht auch mal zu bürgeln wir haben doch jetzt ganz viele zähne aufgesammelt können wir ja am ende noch mal machen ja eigentlich sind wir jetzt da wir können sofort ja das wo hier muss dann nur runter ein bisschen hier schläft eine spinne ja jetzt nicht mehr aber so hier ist aber muss ich mal aufpassen ist ja auch die die spinne kann ja auch hier sein ich kann nicht zu erlesen was er ist okay wir haben sieben milchmolaren also habe ich jetzt ja ich bin fünf könnte ich eine weitere eine weitere mutation jetzt kann ich mir nächste mutation auswählen so mache ich denn da am besten dass das papa du wirst dich mit stärke wachhaltigkeit und lächerlichen großen waffen in den kampf mit einem muskulischen namen schwingst du wütendmächtige keulen also für zweihand ne krassacker kieselbeißer heckenschütze trainierte lungen hat man mehr ausdauer schnelligkeit schwimmgeschwindigkeit atem holen verlässlicher freund wieder beläge muss den punkten kampf kameraden mache ich jetzt kieselbeißer das ist ja nur für mit dem hammer okay ist das ich nehme trainierte lungen dann habe ich mehr ausdauer ja ja warte wo 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 z polynom Mats wo 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 läuft so hier schon hoch okay ich auch hier da ist die infizierte spinne hoch und so hoch und recht 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 hier unten und überläuft die ein altes 1 zu verfolgt ist einst du bist um ich hoffe du hast sie bezahlt sich getroffen es sei es hat gefällt alles das war mal neu berettet werden wo es jetzt unser Ding in den mussten weiß noch mal wie die gesprungen ist diese spinne von der einen seite des baums bis zur anderen er glaubt dass wir mit unsere pfeile jetzt auch schaden machen abstand ja beim letzten machen was ja auch nur aus der entfernung geschafft weißt du da waren wir doch beim wasser und haben die doch da immer getriggert und konnte ja so glatt machen aber es lohnt sich nicht du kriegst ja ja das ist es ja es lohnt sich nicht diesen fall zu machen einmal für science haben wir es ja geschafft gerockt was verständlich war so vielleicht sollten wir uns jetzt darum ist noch unerforscht da ist zwar auch irgendwas wir brauchen nashorn käfer aber hier ist auch dieses missions ziel da recht sagt sollte uns vielleicht als erstes mal hinbegeben kann ich da ich finde ich noch eine markierung machen wird man sagt er lenkt er ja lass uns ruhig durch die durch den gebüsch gehen vielleicht finden wir da noch so nashorn dingen ja den nun nicht unbedingt den brauchen wir nicht aber diesen marienkäfer glaube ich brauche ich doch für diesen schild bei diesem marienkäfer muss mal kurz ich glaube am meisten schaden mache ich mit dem hammer glaube ich ja klopp zwei hände das ist der namen schon mal so einfach der geld muss mal auf unser level kommen hier wollen wir schon immer schon ich kann mich erinnern die haben wir was kaputt gestütten ich sehe noch ein schönes auch ist das aber das so ich komme ich komme ich komme den brauche scheiße die scheiß pilzkappen ja da ist schwäche auch hammer und salzig also theoretisch das war aus hauern exzellent oder immer direkt ins feld das ist mit ihm achso er ist dann entstanden genau so okay es gab zwei teile also ein müssen wir noch auf jeden fall kill für deine rüstung aber jetzt wissen wir was geht es um so eine dose sagen was ist das weiß hier das in das spiel ja ich kenne auch ich glaube wir waren beim letzten auch schon mal gewesen glaube ich ich weiß nicht ob das hier irgendwie man kann aber auch nichts machen hiermit wo sind die 1 ist die 1 hat keinen sinn wo sie 5 ich will es einfach nur mal machen hat keinen effekt obwohl was das denn hier arbeiterameise die hatten wir auch schon ein paar teile von den hatten wir auch wo bist du eigentlich so ich sehe ich gar nicht hier oben besser blick zu verschaffen ach guck mal die ist hier so kugel da ist noch eine disney so happy hier okay bei der dose ist nichts interessantes das brennt der besten ein kassel siehst du mal die haute bekommen vom hause kopf hatten wir nicht also aber doch nicht bisher nicht viele davon gekillt das ist schon wieder so eine autobatterie wir kommen jetzt langsam in die nähe von diesem ausrufezeichen ja guck mal hier waren wir ja auch schon mal gewesen bei diesem komischen kaffeemaschine war aber hier unten nicht das ist hier ist bist du das ja ich kann das module langsam kaputt machen jetzt ich weiß nicht ob das sinn macht aber mixer modul b könnte ich kaputt schlagen da ist hier tatsächlich nichts drin ja klar aber ich nehme mal ein paar pilze mit was wir irgendwie hunger kriegen da müssen wir da unten rein oder was ja was wir brauchen muss das nicht aber zugang unter unter schocken ich nehme mal sogar eine kamera für face id wenn man das nicht mehr oder was wir brauchen das ist das ist ja es ist 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 Ah, Trudy und ihr Krooket-Grenn, die Art, wie sie ihre Augen auf meine Scheine schreckt hat. Sarah, mein kleiner Engel, wie sie in meine Arme geht, als ich durch die Tür, nach der Arbeit ging. Und Thor, Thor und seine Obsession des Jahres. Was war das letzte Mal? Kastel Maldork? Nein, 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 es war Mance. Dad, was meinst du, ich brauche nicht Mance-Minnis. Hast du sie gesehen? Wisstest du sogar, was ein Mance ist? Es ist so rar, Dad. Ein Barbarer, ein Insektoid-Warrior mit dem Geist eines Menschen. Der redet von dir. Warte mal. Ein Insektoid mit einem menschen Geist. Ich wundere, ob... No, 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 stop it, Wendell. The darkness has given you strange notions again. You need to focus on the task at hand. Reasoning. Raw science. The key is here. It must be. Ich gucke mal, was mit deiner Fackel her. Ja. Take that, Vampires. Warte mal, ich wollte mir einmal das Bild angucken. Das ist doch, glaube ich, der Wissenschaftler mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Ja. Frische Lager haben wir gefunden. Durch den Rezept, was ich aufgehoben habe. Kühlschrank oder was? Dann werden die mal lange haltbar. Nice. Kannst du dir noch etwas erforschen hier, die... Das habe ich vorhin gemacht. Ach, hast du. Deswegen haben wir, ach, Wespenbrustplatte. Ah, Wespensturmhaube. Das ist wirklich gar. Aufklären, ein Schusskombo. Leicht und was. Oh. Nice and clean. Das ist aber nice. Kühlschrank, ey, wenn das damit länger haltbar ist, ey, nice. Korrosion blockieren. Das Feuerameisen-Schild. Warte mal, ich muss einmal gucken, das Schild herstellen. Wo wart, wo wart, wo wart. Da, Feuerameisen-Schild ist auch Stufe 3, stimmt. Puppenleder. Korrosion blockieren. Defensive Haltung. Das andere war freien Angriff blockieren. Defensive Haltung. Ja gut, dann sonst töten wir einfach ein paar, paar Feuerameisen. Äh, Puppenleder. Haben wir vielleicht noch ein bisschen? Dann, na gut, dann nehme ich das Schild. Warte, das... Oh Gott, hast du deine Fackel bei, ja, ne? Ja. Das sind wieder spitze Teile, ne? Ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen. Oh, scheiße. Guck mal, da oben ist auch Science. Äh, komm mal. So, und kommen wir hier überhaupt wieder hoch? Solange wir eben bleiben, ja. Ey, das ist ein Nashornkäfer. Und gegen wen kämpft der denn da? Gegeneinander. Weiß ich nicht, ob der überhaupt kämpft. Ne, mit der Hammer. Ey, das sind drei Nashornkäfer. Also, die muss er mir machen. Ja, aber nice, wenn wir... Nur einen pushen? Also, ich gehe hier auf diese Leiste hier. Ja. Was ist das? Das sind Termiten, ne? Das sind Termiten. Wir brauchen die wir auch nicht. Ey, ich habe keine Ahnung. Aber auch nicht alle. Wir brauchen alles. Ich mache jetzt erstmal die Termite hier, ne? Ja, die versuche ich. Oh. Das sind die Staubbilden wieder. Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Da ist noch Ross-Heinz, ne? Da oben hier. Also, das ist nicht die gleiche wie... So. Ja, okay. Hast du jetzt getriggert? Der jetzt... Die machen alle irgendwie so einen Staubangriff, ne? Das sind... Ich habe einen getriggert von denen. Oh, shit. Shit. Oh, ja. Ähm. Hammer. Oh, scheiße. Er hält da immer ein bisschen aus, da auf dem Block. Stimmt. Jetzt kommt noch eine Termite. So. So. Wo sind denn die anderen Lassung, Kiefer? davor sind noch zwei ich trüger wieder ein aus auf das den anderen am besten nicht ich muss jetzt mal mein Leben wieder ein bisschen aufholen das ist nicht gut ja ja ich hätte leben Der greift den Dallau an. Hammer, Start. Geh weiter. Der eine ist recht platt, der eine ist recht platt. Ja, ja. Ich glaube, der ist nichts platt, oder? Oh, er ist ausdauer, ich brauche ausdauer. What? Es ist mal eine Leidding. Ja, ja, ja. Okay. Ich brauche ausdauer. 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 Dann haben wir auf jeden Fall für deine Rüstung genug. Da auch, wenn er schnell kaputt geht, was ist das denn hier? so klumpen die kommen auf jeden fall mitnehmen was soll das überhaupt sein das ist alles von der spinne ja ich habe aber das hat aber nicht viel abgenommen wenn wir an dem ding wieder hochlaufen ich werde trotzdem nicht mit den Hunden gehen für sein oh shit okay oh ich bin stein ich bin stein wie viele Wupps sind das ich hau einfach nur das ist jetzt die strategie ich hau einfach einfach schlagen ich höre dich nicht vor lauter spinnige schreien oh, ich fliege vor eine Schlange ich verkommen hier noch Ich bin ein Waffe, ich bin ein Waffe, ich bin ein Waffe, ich bin ein Waffe. Jesus. Was ist das? Jesus. Was soll ich sagen? Ist mein Hammer? Mein Hammer? Was ist das? Oh, ist ein Drop? Scheiße. Hat die Gepse. Oh, hauchgehe. Stimmt. Oh, da waren doch ganz schön viele. Und vor allem der Sprung, ne? Da war ja Force 1 runtergesprungen. Der hat mir schon ordentlich Leben abgezogen, ey. Also wir haben jetzt nur deine Fackel, ich habe keine bei. Warte mal, hier ist es irgendwie Marmor oder so. Äh, also ganz lange haben wir damit die Sprung. Also du wolltest schon Force kaputt ist, oder? Kann ich die... Kann ich die... Wäre schon nice, glaube ich, wäre schon nice. Oder wir müssen hier irgendwie wieder... Okay, wir gucken, was können wir diesen Astro holen, ne? Ja, du hast... Ja, komm mal kurz mit und erforschen wir mal hier unten. Oh, hier ist auch. Okay, habe ich alles? Habe ich alles? Da vorne sind noch mehr. Drei Stück? Ich könnte eine triggern. Oh, shit. Au, ich habe... Warte mal, ich muss einmal kurz in mein Inventar. Das ist übervoll. Ah, ich habe hier Müll. Zack, tschüss, Müll. Was? Was? Es sind ja nur drei. So, es sind nur drei. Der ist... Oh, mein, mein, mein. Ich habe Peer gar nicht. Oh! Apparently... Es ist... Okay. Es geht hier... Ich kann hier überhaupt nichts mehr sehen. Okay. Ja, geh du am besten vor. Oh, hier ist auch noch was zum... Abbauen. Mein Inventar ist vollster und ich kann nichts mehr nehmen. Kann ich noch was essen? Hm. Es gibt keine Wasserfiltration Tablets. Hallo? Ich weiß nicht, was das hier ist, ne? Ist das eine schwarze Ameise? Ist das eine Fackel alle? Nein. Oh Gott. Oh, hier ist auch wieder. Was? Oh, hier. Rote Ameiseneier. Vier Stück. Aber verbrauchen die sich nicht? Ja. Scheiße. Und die sind auch... Äh, ich muss was machen lassen. Oder was heißt, dann habe ich noch was. Warte mal. Wo ist denn jetzt hier der Ding? Ist das ein Staubmilbenpelz? Ey, ich habe alleine... Ich meine Archfunk. Muss man hier vielleicht kurz drücken? Okay. Ja, die Frage ist, was... Was hast du? Ich habe Beerenleder, kann ich eins... Habe ich eins... Äh... Feuermeisenteil. Hast du davon welche? Ähm... Schäferkopf? Ja, ich habe es noch vorher... Meisenkopf. Den habe ich nicht. Spinnenbrocken? Spinnenbrocken... Ja, kannst mir noch 10 geben. Okay. Okay. Ich habe sieben davon. Ja. Oh, hier ist auch mal einer. Okay. Ja, Beerenleder hast du nicht, ne? Nein. Hast du Staubmilbenpelz? Hast du Saft? Ja. Ähm... Warte, jetzt wird es tricky, weil mein... Fuckovid... Weil ich rausgehe. Jetzt bin ich wieder froh. Vielleicht sollten wir doch lieber raus. Oder was... Was ich... Ich will noch mal kurz gucken. Du hast entdeckt Erdloch unter Schuppen. Oh, da liegen noch so viele rote Meiserei. Oh, hier ist... Oh, was da kurz sieht. Und irgendwas fliegt da rum, Stone. Ja. Welcher Spinne? Warte mal. Was können wir denn hier runter am Meisenheim machen? Warte mal, was können wir denn hier runter am Meisenheim machen? Warte mal, was können wir denn hier runter am Meisenheim machen? Ziemlich viele... Ich weiß nicht, was das hier ist, ne? Sind das alles nur... Sind das alles Mücken? Sind das alles nur Stechmücken? Okay. Ist deine Fackel schon aus? Da hinten ist auch irgendein Loch, ne? Davor sind ganz viele Mücken. Vielleicht ist da die Muttermücke. Keine Ahnung. Ja, wir sollten nochmal zurück. Wir gehen nochmal zurück und kommen dann wieder zurück. Dann sind wir vorbereitet. Ja, Ali. Ja, das ist die andere Partei. Warte, die andere Lasse fallen, aber wir sind doch fast durch. Ey, so viele lagen doch hier gar nicht. Da haben sie sie schon wieder reproduziert. Na, ich weiß aber nicht, ob die mir jetzt... Ich weiß gar nicht. Oh ja, hier ist irgendwie Ausgang. So. Hast du noch Fackel? Nee. Nee, okay. Ja. Hier auch? Ja, ich sehe hier nichts mehr, ne? Wir müssen da hinten... So, hier hinten müssen wir wieder zu diesem komischen Ast da, glaube ich, ne? Wenn wir hier wieder hochkommen. Boah, ich kann den Ast kaum erkennen, ne? Okay. Okay. Ja, okay. Das ging das nicht. Ich sehe nichts. Ja. Was brauchen wir denn für eine Fackel eigentlich? Fackel plus, Sprössling, Saftgroß, Sal, trockene Grasbrücken, Schleimpilz. Hast du Pflanzenfaser? Ey, aber das findet man überall. Ja, nur hier nicht. Weil mit zwei Pflanzenfasern könnte ich eine Schleimpilz-Fackel machen. Oh, Termite. Ach, nice. Du bist doch gar nicht hier oben. Nee. Weil Kinder sind bei der... Nicht nach links. Komm, hier auch. Und so. Wir hatten doch die rausfallen, oder? Äh... Jetzt komme ich hier nicht hoch, ne? Boah, ich weiß nicht, was ich... Ich kann hier nichts erkennen, ne? Was auch da oben ist, ist eine Vorschussstation. Wir müssen nur diesen Roly-Poly hier töten. Wohl, guck mal, der lässt uns in Ruhe. Ja. Ey, ich habe gerade irgendwann aufgesammelt, ne? Ich habe jetzt nur nicht ver... Nur nicht gesehen, was... Naturkunde habe ich irgendwie auch noch irgendwie Mutation entdeckt. Drei von drei. Was ist das denn hier alles? Sollen können wir hier lang? Okay, ich habe ein bisschen Leben verloren. Ich sehe nichts. Inventar voll. Hier sind Pilze. Oh, du hast was getriggert. Ja. Ich weiß noch nicht was. Oh, shit. Hier ist alles von der Pilze. Aber das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Was haben wir denn hier überhaupt? Ja. Ich kann nichts erkennen. Die große Wurzspinnen nicht erkannt. Ach so. Die Fetter. Naja, wir müssen hier raus. Wir müssen... Ich vorbereite den. Komm, ich kann nichts erkennen. Ja, komm, den Kampf lass ich mal. Ich wollte nur wissen, was hier hinten ist. Ach, da sind die mit. Da ist das Loch. Ey, ey, ey. Geh zu mir, Mann. Ich hab mich rein gefasst. Wo bist du? Komm einfach weg, jetzt. Komm erst mal weg. Ich glaube, das hat so wirklich keinen Sinn. Ja. Oh, was ist das? Woa, bei der Spinne. Was ist das? Oh, ich hab' einen Antidote. Was ist das? Oh, was ist das? Komm mal. Irgendwas kleines greift mir auch noch an. normalen tatsvoll pass auf er kommt kommt weg hier kommen wir uns was dort und was dort hatte ich hab schon geschafft ich hab noch so ein felspelz getrunken wie kommen wir denn jetzt hier das essen und trinken wir kommen nicht rüber müssen den gleichen sprung wie gerade machen das ist rost rostige schraube wir müssen runter können nicht doch recht ich weiß nicht mehr wie wir hier reingekommen sind muss ach da oben ja ja wieder darauf stimmt ok man muss aber sagen wir haben einiges abgegrappt da ist noch viel mehr zu holen ja man sieht nicht wenn wir vielleicht müssen wir den einen helm mal noch mal reaktivieren weißt du diesen leuchthelm den wir ja auch haben mit der lampe drauf aber sonst beide mit dem helm und naja aber auch geil geil gemacht und dem schuppen ist das jetzt ja so die frage ist jetzt andere kamte was ich glaube wir müssen so laufen so schräg kein wer war das pflanzenfaser 2 wer greift uns denn jetzt an ja meins auch ach so eine ameise obwohl ne wir brauchen wir krieger oder normale ameise ist ja auch egal komm wir gehen das mal nach hause wo ist unser zuhause jetzt ja wir laufen richtig hier in die richtung glaube ich ich habe mich jetzt erschrocken ach hier ist das teil also wir laufen schon richtig ich will nur einmal kurz ko ko 6 hier liegen glaube ich noch zwei pfeile von dir ich sammle die mal auf ich meine das müsste richtig sein hier ja ja upsie hast du jetzt auch die austauermutation die die lunge ja 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 so hier sind die steine als muss man gucken ach da ist es doch weiß dass wir so ein seil jetzt haben hier ist da wo wir können die noch mal verlangen auch zu denen wo wir vorhin waren das war auch ziemlich länge ja gut dann müssten wir da jetzt aber auch wieder ein turm hinbauen weil dann brauchen wir glaube ich höher um über diese irgendwie über diese ganzen grashalme und sträucher dazu kommen oh man schaffe es ist noch gerade mit die ameise eine bombe echt hast nice ja wenn wir eine grasbrung haben die schleimpilzwackel ist schon verbraucht ich habe die gerade ist angemacht du musst die was habe ich ja ich habe gerade nur weil ich das eingesammelt hatte habe ich ja jetzt bei gehabt dann mach du dann diese bomben ich mache einmal dann hoffentlich dein letztes teil hier was auch immer das ist jetzt hier alles nice so warte höchste panzer okay ist doch hier jetzt was ich war ja ich brauche doch krasbrocken die sind ja in dem haus ja ich lass mal fallen für dich dann kannst du anziehen dann bist du jetzt voll ich hab keinen platz kann ich das mal fallen lassen ja lass mal mit fallen ja bevor das das auslauft ach so musst du jetzt herstellen ja ja mach mal mach mal lieber spinnteile kann ich nicht mehr einlagern ach hier ist kein platz mehr wir müssen unsere tun auf jeden fall erweitern reichelbrocken tschüss ablassen schnell noch so kurz gucken die sieht aber auch geil aus diese wespenbrustplatte ach so warte mal dafür müssen wir wespen töten das ist möglich ja vermutlich gibt es auch einen wespenhelm wie sieht der denn aus wespenhelm oh geil aufgeladene schusskombo ist aber nur eine leichte Rüstung so irgendwas nein ich brauche nur ein kugelkäfer teil hast du als bei zufällig äh warte schade das hätte ich auch so ein kugelkäfer schild aber dann machen wir ein paar rote ameisen imnächst platt die müssen doch bestimmt auch einen Bau haben ja wo ist jetzt ein bisschen trocken glas von feuer ameisen gibt es nur einen helm und glaubt kein keine brust und kein stiefel oder so ok hätte ich jetzt nicht gedacht ich ok ok we like was bräuchte ich denn jetzt um meine rüstung noch zu verbessern höchste panzerung die können wir aber noch nicht herstellen oder geht dann an diesem schleif ding in ihre warte okay ja gut dann würde ich sagen dann sind wir jetzt an dieser stelle soll ich das noch reparieren das ameisen schild sind wir an dieser stelle jetzt erstmal fertig der hammer ist stufe 4 nein jetzt volle ausrüstung wie volle ausrüstung die barbara outfit das ist jetzt angezogen also ich muss gucken ich muss gucken sehr nice reparieren das ja gut alles was du auf stufe 5 das ganze mit dem reparaturkleber machen was bräuchte ich jetzt eigentlich noch mal um das dinge mächtiger klumpen ja okay möchte ich klub werden ja gerade ein paar hergestellt dafür brauchst du immer robusten schleif steine salz ja wir könnten mal gucken welche gegner da oben so sind was die wogegen die allergisch sind und dann sollte vielleicht doch mal in die waffe dann salzig oder frisch machen oder sowas ähnliches Müssen wir schauen. Okay, dann war es dann erstmal mit Folge 65, glaube ich. Und über ein Like, Abo und Kommentar würden wir uns freuen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020